Ah, so, ja, wir müssen das mitnehmen. Und die Teilscheibe. Oh, und da haben wir eine orangenere Tabee. Sehr passend. Geht so gut. Endlich, der Weg ist klar. Ja, lasst uns den, ähm... Fortschritte... ähm... Wim! Das ist eine glückliche Anstrengung. Okay. 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 Okay, dann kommen wir so nicht, Humuch. Hey, schau, Prinz Puk hat etwas zerbaut. Okay, jeden Fall. Mal consumieren. Hhhhh-hohhh. Ach, nicht? Pinz vielleicht... Noch gleich mal darauf. Ich weiß. Wir suchen noch die 2 übrig geblieben. Ja dann, den Zahnfels. Warum hat er es dir aufgeladen? Oh nein, das ist so ein Aufsteher-Ding. Okay, brauchen wir die hier. Die Batterie brauchen wir. Da war auf Feuerblumen gefahren. Hier sieht man, dass wir ein bisschen zum Zeitlange Ruhe haben. So, hier. Ah, hier müssen wir drehen. Ah, so verhört man beide in die Duden. Verdammt. Ich bin tot. Jetzt tot. Die Batterie ist wieder da drüben, natürlich ist die das. Verdammt. Das müssen wir hinkriegen, dass der Subway uns den Weg freispuckt. Sehr gut. Oh nein. Das ist wieder da drüben. Geht's weiter? Hier rauf. Oha. Geht's aber ab. Jetzt wird's stressig, langsam. Blau batterie. Hm, ein anderer Synabs-Batterie. Habt' wir das ein Socket früher? Lass' gehen, schau' Wir sind immer wieder hier. Ich hätte gehofft, dass hier einer von den Flötendingern ist und wozu sind wir da den ganzen Gummikigang, nachdem ich das nicht schaufe, nicht mehr. Das nicht. Hier erwartet uns nichts als der Toilette. Tja. Nein, 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 nein. Verdammt. Das war nicht meine Absicht. Das war nicht. Ich kann mal aufholt werden. Ich bin ein wenig, aber ich kann sie auch. Ich bin ein wenig, aber ich kann sie auch. Okay, ich werde mal hier lang. Ja. Das Bombe war da oben. Ja. 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 Da war ich nix für. Das war uns von dem. Jetzt müssen wir das hier umdrehen. Das ist rot. So. Jetzt gucken wir schon mal ein Dreherdums. Dann haben wir den Grunen gebrauchen. Dann bring das Grunen auf dem Lech. Den Weg dort oben frei. Ich möchte mal ne Pflanze. Fruchtbare Erde. Das muss am Endorphin auf jeden Fall so stehen. Ja. Wir füllen immer noch Eis mit uns rum. Okay, da müssen wir auf jeden Fall hoch. Okay, wenn wir jetzt hier. Hier rote mal so rum drehen. Und das so. Und dann das so. Dann müssten wir an die Blume kommen. sehr schön. Typisches Fall. Und Zähmeln und Hammer. So das zur Seite. Da wird so durchkommen. Und wir brauchen die rote Mühle andersrum. So. Wie geht das noch einmal rum? So. Sehr schön. Kommen wir da rüber. Ja, Erfahrungspunkte. Okay, dann kommen wir hier runter. Ich weiß nicht, ob das unser Ziel war. Okay, hier kriegen wir wohl so eine Trompeten-Sache. Wo bin es gerade angekündigt? Und jetzt so ein Trompetenteil. Und jetzt so ein Trompeten-Sache. Wie soll das mich unterhalten? Okay. Stell dich hier hin. Verdammt. Nicht nah genug. Okay, das kriegen wir doch nicht. Wie kriegen wir die denn? Ah, ich habe eine Idee. Verdammt. Nicht. Dann... Weiß ich auch nicht. Vielleicht tot. Aber nicht auf die Knospe schlagen. Scheinbar nicht. Das bringt da auch nichts. Da fehlt mir jetzt. Ich hatte keine Idee. Okay. Aha. Ich habe eine Blume. Das ist ein Steckplatz für eine. Wir besiegen nur die Blume. Wir objective noch. Dann ist die auf einem Stein. Das bringt absolut nichts. Damit kann man vielleicht was kaputt machen. Jetzt brauche ich nur eine Blume, die wir nicht haben. Wir kriegen immer eine Blume, die aber nicht ohne Platz, aber die Platz ist da oben. Nehmen wir mal. Jetzt hätten wir uns treffen müssen. Okay, ich rate mal, dass wir die brauchen. Dass wir die Zeit da zu knacken kommen. Das war ein bisschen knacken kommen. Ich werde das mal mit der Lust versuchen. Vielleicht gucken wir die da hinwehen. Ah, sehr schön. Daneben. Ich habe nur Samen. Ah, okay. Dann können wir was anfangen. Ich habe nur noch ein paar Komponenten. Oh I hear someone knocking. I pull on the cow. Okay, we can take that now and help. Oh yes, but here we can't do anything. That's of course stupid. Definitely not. No way. So, then do we do this here. I feel like that was wrong. And here we have another one. I feel like that was wrong. Aha, now we have another one. And here we have another one. I feel like that was wrong. And here we have another one. And here we have another one. And let's see. Split one the eyeball. Nein! Guck, wie wir gebaut werden. Aber wie werden wir die los? Die Hauptpflanze. Okay, jetzt kommen wir hier rüber. Nee. Ah, okay, ich habe eine Idee. Nee, ich auch noch. Ich wollte gerade sagen, die werden noch sterben. Schön, dass man in den Zepplingen kommt. Nein, ich glaube, ich lasse das erst mal aus. Ja. Wollen wir noch einen zweiten Samling. Wenn ich diese tue. Vielleicht reiche ich das erst mal. Mit zwei Samling. Das Geräusch, was die machen. Irgendwie ein bisschen eklig. Ich würde es nicht aufbauen. Das ist gut. Das ist also ein Bauch. Das ist so ein Bauch. Verdammt. Alter Schwede. Okay, mit dem Gift können wir vielleicht jetzt was anfangen. Ich denke, es wird nicht mehr dazu. Oh, hier haben wir noch Pflanzen. Okay, können wir Gift vielleicht auch hier einsetzen? Okay. So, auf hier. Sehr gut. Wir müssen also nicht jeder gegen Gegner besiegen. Noch eine Trompetenpistone. Gute Arbeit. Das war eine schwierige Kugel. So, nun. Wir werden zurück zum flirten Dings. Zu den Trompeten. Passt. Oh nein. Es ist wieder da. Oh, das ist ein Funktion. Oh. Oh, das ist ein Funktion. Oh. 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 Und hier h----- Und hier hoch Uh... Sehr schön, dass alles für einen und zu zweit bin Upspam. Wir sind zurück in der Überpass der Originalität. Wir sind zurück in der Überpassung.